Jetzt zeigt der Welt, dass du besser bist als Messi. Aber in Dortmund lief es dann auch mehr als schlecht für ihn. Ich wollte ihn unbedingt haben, Mario Götze. Seit vergangenen Samstag ist es jetzt offiziell. Mario Götze wird Borussia Dortmund am Saisonende verlassen. Das hat Manager Michael Zorc bestätigt. Wenn man ehrlich ist, war es vorherzusehen. Wir hatten es damals schon im Wintertrainingslager in Marbea geschrieben, dass Mario Götze und Borussia Dortmund im Sommer getrennte Wege gehen. Das hat jetzt auch nichts mit finanziellen Dingen zu tun, sondern in erster Linie damit, dass Mario Götze natürlich mit seinen 27 Jahren möglichst wieder auf dem Fußballplatz stehen will und spielen möchte. Zehn Jahren kann ich ihn ja oder darf ich ihn ja begleiten. Ich war eigentlich der festen Überzeugung, dass er irgendwann mal auf einer Stufe mit einem Lionel Messi oder einem Cristiano Ronaldo stehen wird, weil von den Anlagen, die der Junge hat, war er der Beste, den ich jemals gesehen habe. In meinen Augen war es ein absoluter Kardinalfehler, dass er dann 2013 zu den Bayern gegangen ist. Nicht die Tatsache, dass er eben zu den Bayern gegangen ist, sondern die Tatsache, wie er das gemacht hat, weil weder Trainer Jürgen Klopp noch die Manager Michael Zorc oder Boss Anzio Achim Watzke wussten von diesem Transfer. Der war heimlich eingefädelt worden und das große Pech für Götze war dann eben auch, dass dieses ein Tag vor dem Halbfinalspiel von Borussia Dortmund in der Champions League gegen Real Madrid bekannt geworden ist. Und da hatte er natürlich sämtlichen Kredit ganz schnell verloren. Götze war der absolute Fanliebling, war der absolute Messias für die Fans und danach war er nur noch ein Judas. Dann kam die Zeit bei Bayern München, wo man auch sagen muss, dass Götze da auch wieder ein wenig Pech hatte. Also Matthias Sammer war damals noch federführend für den FC Bayern München tätig und er wollte ihn unbedingt haben, Mario Götze. Was Götze aber nicht wusste, bei Pep Guardiola war er nicht unbedingt die erste Wahl. Der wollte wiederum Neymar am liebsten nach München holen. Daran hat dann auch nicht die Tatsache, dass was ändern können, dass er 2014 im WM-Finale noch mal das entscheidende Tor geschossen hat. Da habe ich gedacht, jetzt kriegt er noch mal einen Schub. Der Bundestrainer Joachim Löw zu ihm gesagt hat, jetzt zeigt der Welt, dass du besser bist als Messi. Das war ein Rucksack, den er eigentlich heute noch irgendwie auf dem Rücken dreht. Als er dann 2016 zurück zu Borussia Dortmund gekommen ist, muss ich sagen, habe ich mich sehr persönlich gefreut, dass er wieder da ist. Aber in Dortmund lief es dann auch mehr als schlecht für ihn. Erst diese heimtückische Stoffwechselkrankheit, wo alle gesagt haben, guck mal, der Götze hat aber ganz schön zugelegt. Im Endeffekt kann es dann auch kein Zufall sein, dass er weder unter Peter Stöger noch unter Peter Bosz oder eben unter Trainer Lucien Fabre oder Thomas Tuchel einen Stammplatz hatte. Und deshalb sage ich jetzt, der logische Schritt und der richtige Schritt, dass Mario Götze und Borussia Dortmund sich jetzt dazu entschieden haben, den Wechsel zu vollziehen. Ich persönlich wünsche ihm alles Gute, dass er im Ausland seinen Weg finden wird und dass er da glücklich wird und das machen kann, was er am liebsten tut, nämlich Fußball zu spielen.